Ich häng ab. Nichts hält mich am Boden. La 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 la. Dönerfleisch mit Soße. So. Gut. Äh. Leder. Ja. Leder, Leder, Leder. Leder hat er. Leder hat er. Hat er Leder. Okay, wir können kein Fett reinpacken. Weißt du was? Ganz ehrlich. Kann ich das irgendwie... Das... Okay. Gut. Gut. Scrap Metal. Oh, let's go. Aber diesen Backpack verstehe ich immer noch nicht. Was dieser Backpack macht, also... Ist mir noch ein Rätsel. Für Heavy Items. Wo sind denn Heavy Items? Oder was sind Heavy Items? Oh, da ist Dings, ne? Dirty Diana Ice. Ist das Dirty... Dirty Diana Ice. Dirty Diana. Oh, Wut. Der Zug ist mir zu schnell wieder. Durch, dass ich irgendwas vergesse und übersiehe. Zug, mach mal langsam. So. Ja, ich halte den mal eben an. Bitch. Wird der echt gerne mal dahin, ne? Wir haben ja diese Ringe. Wird das mal ausprobieren. Ob das klappt. Komm, ich werfe dir meinen Ring zu. Sagte er. Da ist Holz. Das darf ich nicht vergessen. So, wie funktioniert das denn nochmal? Aber da kommen wir doch nie im Leben hin, oder? Warte mal. Äh, Q. Hold. Nein. Wer will ich die Dinger nennen? Mittlere Mausbutton. Wuhu. Okay. Jetzt, äh... Dann da. Geht das? Einfach werfen, ne? Das geht nicht. Toll. Das Ding ist abgeprallt. Darf man da überhaupt hin? Das ist ja ganz großartig. Dann nehm ich das wieder mit. Kann ich das wieder mitnehmen? Warte mal. Wie komm ich denn... Komm ich da dran? Äh. Äh. Ich will das mitnehmen. Kann ich das wieder mitnehmen? Ich dachte, man kann das wieder mitnehmen. Schade. Einmal weg ist weg. Anscheinend. Gut. Dürfen nicht vergessen. Oben ist Holz. Da ist nochmal... Oh, da ist ein Riesenschwert. Vielleicht ist das auch ein bisschen nur Kulisse halt, ne? Das drumherum. Man weiß es ja nicht. Essen. Und Holz. Oh, ich hör hin. Ich hör hin. Ich hör hin. Ich hör hin. Power. Da war er. Sind das zwei? Ich meine, ich hätte noch einen gehört. Mal gucken, ob hier wieder gleich so eine Straßensperre kommt. Naja, Straßensperre... Ja, äh, Zugschwerre. So, weiter geht's im Text. Haben wir schon zehn Eis? Okay, wir müssen noch ein bisschen was sammeln. Drei Stück noch. Brauchen wir. Wir sind auf jeden Fall fleißig am Looten. Das ist schon mal sehr gut. Also, kann man jetzt an jeder Station bauen, die jetzt kommt. Verstehe ich das richtig? Also, wirkt vermutlich so. Ist da Eis? Nein, das ist Essen. Apropos Essen. Ich hau es mir mal in der Dekin. Da ist Dirty Diana. Äh... Hier oben war noch Scrap Metal. Oh, warte, lass. Ach, da. Schon total perplex. Oh, na. Oh, halt, stopp. Ich hab was gesehen. Moment. Und wieso ist der Boden kaputt? Ich muss den Zug reparieren. Unbedingt. Da ist Holz. Ich glaub, wir brauchen ja auch Holz zum Reparieren, ne? Jetzt muss ich mal eben kurz gucken, wie der Zug aussieht. Was... Was der so... Äh... Repair. Haben wir, glaub ich, ein Holz, ne? Ach, alles, was blau ist, muss repariert werden, oder was? Ach, du Scheiße. Ach, da brauchen wir einen Barren für. Warte mal, den haben wir doch, ne? Oder? Hier. Den haben wir. Da brauchen wir Holz. Da brauchen wir Holz. Da brauchen wir Holz. Nein, einen Barren. Die Kiste ist auch kaputt. Holz. Wir haben kein Holz mehr. Wir haben jetzt alles Holz verbraten. Ernsthaft? Großartig. Na ja, gut. Immerhin ein bisschen was repariert haben wir. Das ist natürlich blöd, wenn da die Ressource Holz auch ist, die wir fürs Brennen nehmen und alles. Und tralala, das ist, äh... Ja, das muss man sich gut einteilen, dann. Ist aber echt knapp. Achso, ich muss Fridolin immer lernen, ne? Bild mir gerade ein. Oh, fett. Nice. Ehre. Hab mir gedacht, nimmst du mal mit. Was saß? Hasse. So. Scrap Metal. Holz. Bin ich um ein Holz. Ich glaube, heute ist die Folge rausgekommen, wo es das erste Mal Action gibt auf YouTube. Wo ich in den letzten Folgen ja, äh, äh, das erste Mal Action hatte. Alter, da war ich auch so überrascht von. Unglaublich. Das hat mich auch so überrascht. Genau wie das Monster, was vorhin war. Was soll denn das? So, Eis, Eis, Scrap Metal. Hier oben war, glaube ich, auch noch was. Woody Wood Wood. Woody Wood Packer. Ich glaube, wir haben jetzt genug Eis, ne? Dann können wir mal eben hier, ähm, das Dings erforschen. Dass 10% effizienter, glaube ich, Wasser ist, ne? War, glaube ich, so, ne? Oder? Na, ach, Inventory Full, ernsthaft? Wie kann das denn? So, warte mal. Wasser researchen. Katsching! 10% Max Thirsty. Heißt? Das, was ich denke, oder? Du's das mal. Das packe ich mal da rein. Na. Ähm. Das Fleisch. Können wir mal eben brutzeln. Das Steak. Wir haben ja noch Holz drin gehabt. Ich würde mal essen. Bringt halt nicht so viel, ne? Fett haben wir wieder. Haben wir noch irgendwo Fett drin gehabt? Hier. Ist aber schon voll. Kann ich das? Zu Favoriten? Was für Favoriten? Nein. Ich würde das gerne droppen. Kann ich das droppen? Ach, das geht. Ich würde das gerne droppen. Man kann es auch einfach auf den Zug legen. Das ist natürlich auch super. Nachher brauche ich das. Ich sehe es schon kommen. So, die Sachen schweben jetzt da rum. Ähm. Ich sortiere mal eben ein. Jeder. Scrap Metal. Da ist die Kiste auch voll. Scrap Metal. Wir haben so viel Scrap Metal, ne? Ähm. Wo die Wood Wood? Ist die schon voll? Nee. So, aber fast. Ja, Fett muss ich mir noch was überlegen, wie wir das machen. Ich weiß halt nicht, wie das ist, wenn er was auf dem Zug liegen lässt. Ob der das dann mitnimmt oder ob das runterfällt. So, das haben wir jetzt gemacht. Was brauchen wir denn als nächstes? Die Grappling Hook ist natürlich sehr geil, ne? Zwei Barren. Wir brauchen insgesamt zwei, vier, sechs, sieben Barren brauchen wir. Also sechs normale und sieben Copper Barren. Gucken wir mal. Sollen wir das mal probieren? Also ein Copper Barren haben wir ja. Würde das mal ausprobieren wollen. Wir haben jetzt wieder ein bisschen Wood. Einmal Scrap Metal nehm ich. Hä, der ist leer. Also. So. Oh, hast du? Also immer wenn er kommt, hat der was dabei. Das ist nice. So. Was hab ich gesagt? Sieben. Also sechs normale. Fünf. Wir brauchen zwei Schrauben. Zwei Schrauben, zwei Federn, zwei Barren. Und ein, oh den können wir herstellen. Warte mal. Wir brauchen nur einen Kupfer. Dann können wir den ja schon herstellen. Das Kupferdraht. Den Kupferdraht stellen wir schon mal her. So. Den haben wir schon mal. Dann würde ich mal eben zweimal Schrauben herstellen. Dann fehlen nur noch die zweimal Federn und die zwei Barren. Dann haben wir alles. Das ist er fertig. Jawohl. Und zwei Barren. Nee, einer fehlt noch. Hallo, Entschuldigung. Ich brauche noch einen. Einen brauche ich noch. Dann haben wir eigentlich alles, ne? Alles, was wir brauchen. Und dann kann ich das, äh, Copper, ähm, na, das, äh, Scrap Metal wieder zurücklegen eigentlich. Was wir nicht brauchen. Das Holz eigentlich auch. Das ging eigentlich doch relativ flott. Also Holz ist, glaube ich, die Ressource, die wirklich so ein bisschen rar ist. Muss ich sagen. So, dann researchen wir das mal. Den müssen wir ja auch erst mal erstellen, ne? Der ist jetzt erst mal nur, äh, entdeckt. Was kommt denn als nächstes? Driller. Bitte was? Unlock Extraction. Lump of Ice. Lump of Coal. Unlock Blueprints. Ice Crushing und Coal Crushing. Pressing. Coal Bricettes. Water Bidon. Oh, wie geil. Nein, das müssen wir unbedingt machen. Ein Wasser Bidon. Das ist ja auch fett. Oh, es wird richtig interessant. Es wird definitiv interessant. Ich will mal gucken, was der Grapple Hook kann. Den stellen wir bestimmt an der Workbench her, oder? Ja, Tools. Grappling Hook 1. Okay, das Silber, was wir gerade hatten, quasi, noch einmal. Ähm. Ist bestimmt ganz geil. Die Frage ist, können wir damit Sachen sammeln? Oh, hier liegt da noch ein Schnitzel. Muss ich mal da reintun? Äh, aber das ist ein Water Bidon. Den müssen wir auf jeden Fall bauen. Also das, 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 da gibt's ja gar kein Drumherum. Alleine schon, da brauchen wir auch das normale Eis, ne? Ich sammeln jetzt auf jeden Fall erstmal Eis und so'n Kram. Alles, was wir, was wir kriegen können, das sammeln wir jetzt erstmal. Also, looten, looten, looten. Ich glaub, der Grapple Hook ist, glaub ich, dafür da, um halt... Um, glaub ich, äh, also Sachen aus der Luft zu greifen, ne? Also, da brauchst du wahrscheinlich nicht mehr rumfliegen. Da kannst du das wahrscheinlich vom Zug aus machen. Also, geh ich jetzt mal von aus. Ist jetzt so mein Gedanke dahinter. Vielleicht sollten wir den einfach mal bauen und ausprobieren. Da ist Eis. Ich seh Eis. Halt, stopp. Hm, dort nehm ich mit. Da ist auch Eis und Scrap Metal. Nein, Alter, willst du nicht verarschen? Hilfe. Der Zug fährt unerbittlich weiter. Jetzt nicht mehr. So. Halt, stopp. Ich wollte doch noch gucken. Hier war doch, glaub ich, noch... Ist das Eis? Ne, das ist Essen. Wir dürfen das Essen und Trinken natürlich auch nicht vernachlässigen. So, steht schon mal fest, was ist das da hin? Ist das Wood? Ist das Wood? Das ist Wood. Was macht Wood da hinten? Und wieso komm ich da nicht dran? Ich will da dran. Ja, okay. Mit dem Grapplinghut wär's wahrscheinlich... Äh, Hook wär's wahrscheinlich einfacher gewesen. So. Hier sind überall immer die Sachen versteckt. Hinter den Steinchen und so. Aha. Hab's grad noch erwähnt. Was brauchen wir denn nochmal für die, äh... Für den Wasserbedon? Damit kriegen wir ja, haben wir eine unermissliche Wasserquelle, ne? Fridolin. Danke. Äh, wir brauchen... Das zweimal. Also brauchen wir viermal grün. Gut, dass wir genug haben. Äh... Nein. Das kommt da rein. Das kommt da rein. Viermal grün, ne? Äh... Ähm... Was hab ich gesagt? Ne, viermal, ne? Ich bin so doof. Dann nehm ich denn fünf mit. So. Viermal. Wir brauchen ja immer zwei. Ähm... Lass uns die mal eben herstellen. Wir haben ja die Zeit. Ich glaube, hierzwischen sind auch, glaube ich, diese Ruhephasen, ne? Indem man wirklich so... Ähm... Das nutzen sollte, auch zwischendurch hier was herzustellen. Vielleicht sollten wir auch mal eine Schutz... Äh, so ein Schutzblech doch nochmal bauen. Die Amory haben wir, glaube ich, noch gar nichts. Ein Barren, okay. So. Dann können wir den Wasserbidon ja schon mal... Entdecken, ne? So. Ähm... Wo stellen wir den her? An der Werkbank? Nein. Ach, wir können ihn ja bauen, ne? Ich bin so doof. Mit T im Buch. Waterbidon. Dong Dong. Nein. 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 Nicht hier. Ich frage mich, was das ist. Geht da mehr rein? In den Container Rack? Vielleicht sollte ich den Container Rack mal bauen. Ich baue mal zwei... Zwei Barren. Spaßeshalber. Ich baue mal zwei Barren. Ich habe so ein bisschen das Gefühl... Hä, wieso kann ich nur einen? Ich habe doch... Ich habe doch drei... Was ist das denn, einen Barren? Ach, zwei! Zweimal Scrap Metal habe ich ganz vergessen. Das ist mega teuer. So, machen wir direkt mal vier. So. Ich muss sowieso Feuer... Ich muss sowieso Holz nachlegen. Wir brauchen, glaube ich, zweimal Schrauben war das, ne? Weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das Rack, glaube ich, mehr Platz hat. Das könnte sein. Äh, was war das jetzt? Einmal Schrauben, einmal Holz brauchen wir auch dafür. Mach ich mal zweimal Schrauben. Einfach mal zu gucken. Holz brauchen wir auch, ne? So. Das Schnitzel können wir auch mal braten. So, let's go. So, langsam läuft es hier bei uns, ne? Langsam sind wir richtig, äh, richtig im Flow. So, hier. Alter, wie groß das ist. Oh Gott. Äh. Ich baue das mal hinten hin, ja? Wir haben ja noch ein bisschen Platz. Drehen. Ja, so. Und noch ein. Ich würde gerne zwei bauen, um zu gucken, was der kann. So. Äh, wie use ich das denn? Wie? Hä, da stand doch gerade. Was macht das Ding denn denn? Jetzt habe ich das gebaut und es ist nichts, oder was? Kann ich das benutzen? Container. Ach, warte. Oh, la. Da kann man die Kisten reinpacken. Uff. Uff. Uff, uff, uff. Probier's mal eben aus. Warte. Nein. Wie nice ist das denn bitte? Das ist ja mega nice. Äh. Den ganzen unnötigen Scheiß packe ich jetzt mal hier rein. Hä? Wie geil ist das denn? Das ist ja mal mega nice. So, hier ist das mit Fett drin. Guck mal, hier können wir auch noch Fett reinschmeißen. Hier ist auch das... Ne, hier ist ja auch Fett drin. Hä? Voll die Fettbude. So, da ist Leder drin. Haben wir noch Holz? Nein, haben wir nicht mehr. Wir brauchen eigentlich ein Holz noch. Komm, mach ich nochmal eben. Ähm. Obwohl. Ich will trotzdem aber diese Ressourcen erstmal hier lassen. Das ist irgendwie ganz geil. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, okay. Das ist natürlich schön. Da spart man sich natürlich Platz, ne? Ist aber auch teuer. Muss man auch sagen. So, was wollten wir denn noch gemacht haben? Hat er wieder... Er hat wieder, ne? Und Essen haben wir auch. Wir haben von ihm Holz gekriegt. Das ist sehr schön. Dann kommt hier jetzt die Holzbatterie. Ähm. Wir wollten mal geguckt haben. Stimmt doch. Oben rechts steht ja, was wir machen müssen als nächstes. So, lass mal gucken. Wir brauchen... Pui. Das wird teuer. Das wird richtig teuer. Machen wir jetzt erst den Driller. Also, wir brauchen zweimal Schrauben, zweimal Zahnräder, zweimal Kolben. Alles zweimal. Und zweimal Barren. Zweimal Schrauben, zweimal Zahnräder, zweimal Kolben. Dazu brauchen wir das Ding dann. Zweimal. Das stellen wir wie her? Das stellen wir hier her, ne? Fett. Okay, Moment. Das stelle ich mal eben her. Nein, wollte ich gar nicht. Entschuldigung. So, wir brauchen Fett. Und wir brauchen das grüne Zeug. Hatte ich... Hä? Wollte doch eigentlich die grüne Kiste darüber gebaut haben, ne? Mache ich das einfach so. Jetzt haben wir nicht mehr so viel von dem grünen, ne? Geht doch schneller weg, als ich dachte. Einmal benutzt, schon weg. Davon würde ich jetzt gerne mal so vier Stück herstellen. Einfach mal so. Jetzt braucht wieder Holz. Es ist eine Neverending Story, ne? Muss man einfach sagen mit dem Holz. Wir knausern hier echt mit den Ressourcen. Schauen wir mal, wie schnell der das fertig kriegt. Ähm. Ja, wir müssen so oder so sammeln. Das... Bleibt uns nicht alles anderes übrig, weil wir müssen... Wir brauchen Ressourcen. Auch wenn Fridolin immer wieder, äh... Ich weiß gar nicht, ob er mehrere von ihm haben kann. Das wäre mal echt interessant. So. So, das haben wir jetzt schon mal. Heißt... Ähm... Ja. Moment, wir brauchen das ja auch für die Zahnräder und so ein Kappes, ne? Nein, für den Dings. Wir brauchen zwei Barren. Können wir das herstellen? Warte mal, wir haben Holz. Scrap Metal haben wir. Ja. Was sind das für Geräusche? Passiert etwas, wenn wir zu lange hier sind? Ich frage für einen Freund. Hä? Ich wollte doch zwei machen. Ich sollte vielleicht ein bisschen weiter düsen. Einfach so, weil wir es können. Hier war irgendwo, glaube ich, noch Holz gewesen. Also da unten. Ich weiß nicht, warum das Geräusch jetzt kommt, aber egal. So, die stelle ich schon mal zweimal her. Dann reisen wir währenddessen mal weiter. So. Aber den Waterbidon. Wo können wir denn jetzt den Waterbidon bauen? Warte mal. Jetzt fällt mir gerade ein, wo stellen wir denn den Waterbidon her? Hey, wo wird denn der Waterbidon hergestellt? Im Buch ja nicht. Wo stellen wir den denn her? Stick ab. Stick ab, Wut. Hey, wie stellen wir den Waterbidon her? Oder? Resin? Am Worktable? Am Worktable? Nee, oder? Nein. Equipment? Nein. Tools? Nein. Hä? Wo wird der denn hergestellt, der Waterbidon? Unlock Blueprint Waterbidon. Aber was für ein Blueprint? Wir haben diesen Blueprint gar nicht. Dekoration, Produktion. Müsste ja unter Produktion fallen. Lab 1. Kitchen 1. Smelter 1. Workbench 1. Wird wahrscheinlich auch später noch Erweiterung geben. Amory und Garden. Hä? Aber wir haben den noch freigeschaltet. Oder ist ein Bug? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Bisschen blöd. Naja. Äh. Reisen wir erstmal weiter. Achso, warte mal. Ich muss erstmal einlagern. Und sonst haben wir gleich das Problem, dass wir gleich, äh. Nicht vorwärts kommen. So, äh. Grün war hier, ne? Und Fett war hier. Holz war dort. Und das Ding pack ich mal hier mit rein. Damit ich das nicht vergesse. Und das Wasser packen wir hier rein. Wir sind aus Essen trinken. Wir können mal was essen. Erstmal so zwei Schnitzel. Können wir Wasser herstellen? Erstmal zwei herzustellen. Wird wahrscheinlich nicht reichen, weil wir ja kein Links haben. Kein Feuer. So, dann düsen wir mal weiter. Ist das eine überdimensionale Pistazie? Oder was ist das? Die kam mir entgegen. Ich hab mich angegriffen gefühlt. Ja. Da kann keiner was sagen. Oh. Wutdi, Wut, Wut. Wutdi, Pekka. Wut, Wut. Da unten war Scrap Metal. Hab ich verpasst. Scheiße. Und er ist schon da. Ja. Ja.